so hier sind wir wieder ich bin hier in meiner schönen Garage gespawnt mit den ganzen tollen Autos und jetzt ruft mich Läster an ja als Mauläster einfach in den Fahrstuhl gehen während das irgendwie anruft so jetzt werden wir die nächstlings machen glaube Marius wirst du gleich einladen ja mach ich gleich ist es das immer noch das erste was das erste weiß ich nicht ich hab da hier ein ich weiß nicht vielleicht ist das jetzt auch schon die dritte Folge muss man mal gucken äh ja ich hab hier gerade ganz viel Einladung bekommen aber das ist alles nicht so muss man was umstellen ich kann das nicht in der Aufnahme machen egal neujo ne ja herrne das ist Nien die Leitung jetzt ist das gleiche oder es ist nicht gleiche in den kenne geht es jetzt schon los ist das jetzt schon der richtige überfall nein wir müssen uns erst den panzerwagen besorgen wir müssen natürlich noch paar vorbereitet treffen die ganz hier sind und ganz geheim wenn ich munition für alle 60.000 was kostet so viel erstellt von rockstar auf dem abrang 12 ja was dachtest du morgen welchen starten kann weil 60.000 für munitionen wusste nicht ob du die hast und deswegen habe ich einfach gestartet habe ich auch nicht mara es nicht fallen lassen warum kriegst du das nicht weil ich der gangster nö nö einfach nur weil ich der boss bin weißt du der boss macht sich seine hände schmutzig und er ist der was weiß ich was immer auch er sein mag er mache es du musst man mit ein paar frau mit frauen charakteren spielen also jetzt nicht mit dieser page sondern ich meine es mit selber wenn man selbst eine frau ist also ich bin bei hinter einer frau gespott also die haben richtig geile herrschen ich bin echt zu ververser ne ah maris jetzt hier in der aufnahme bin ich so ne ja 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 so läuft er nicht so läuft er nicht hör auf zu lachen lässt er also ist der scheiß der jonas feiert den richtig ne ja ich weiß aber jonas sieht doch genauso aus wie er genau so sieht jonas aus und maris hier so eine page genau da und ich bin eher so ein wie ich auch aussehen ja ok jonas was sollen wir machen ok ok wir sollen den stand ok ok methodisch vorgehen ok jetzt will man es gerade in die stühle hören ich gucke ihn immer nur an und er macht so behinderte bewegungen und ich denke immer so what ok maris du musst jetzt den kulümer den kulümer raufklicken wirklich drauf ok den kulümer raufklicken und starten ich hab keine maus gerade ja ah der erklärt den ganzen shit wieder ne er sagt aber leider nichts hmmm was jetzt ach so ich lese mal kurz den text vor solange du es nicht kannst fließerüberfall kuruma schafft den fluchtwagen für den fließerüberfall überfall es befindet sich momentan auf einem parkplatz in der del perro in der obhut einer arroganten crew of the little soul ok hi jonas wir sind gerade aufnahmen nur so zu info ah hallo hallo na cut man gtr hmmm ne irgendwie fehlercode 1 oder so scheiße na das kannst du ja leicht googeln das ist echt gut na und irgendwie usernamen ändern also oh nein nein mach das nicht nein nicht machen mach das warte auf den patch ich hab jetzt schon gemacht ja vermutlich kommt noch einer raus keine ahnung aber jonas guck mal wenn du das machst dann musst du google benutzen oh nein ich hab auf meinen tisch gemalt scheiße ähm schwer ne wir sind ja keine pussys hä die müssen wir uns echt zermachen ach ne warte jetzt ja gut mach einfach mach einfach schwer auch wenn wir verkacken nein schatz oh ja ich mach meine standard muskli oh ich bin hinten was ist das denn muskenskli äh ja ha 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 aushilfe ich bin doch der boss yo was geht hier die wunderschönen statistiken von mir ich bin ein triathlet ein militärstütze ich bin schwach ein polterer profi rennfahr profi rennfahrer seit wann das denn hä ich bin doch kein polterer das sind die statistiken von dir das bin ich hä wie kann das denn sein aber das steht über timezone aber eigentlich bin ich ein ninja weiß ich so richtig aber ich bin kein profi rennfahrer ich bin doch richtig schlecht im fahren anschein ich weiß auch nicht warum Nick läuft eigentlich gerade Champions League äh welchen Tag haben wir heute ja müsste ok dann bin ich weg tschüss 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 ja Nick die du bist geil ne oh was ha ne ernsthafte Lkw hupe ja oh mein ey kannst du den Marker setzen ja mach ich gleich ich werf nur ein bisschen Tränen Gas ne damit du schon heulen musst du kannst doch einfach M drücken und dann ja weil du machst das doch immer immer auf alles verweilen wir verweilen ist und irgendwas abbiegen du schwarz aber la trinkert oh die nerven so ein bisschen die Art Fahrer ne ja ja links musst du rein Maske aufsetzen Maris geh geh was ne geile Maske ja nein nein ja nein du musst ganz hoch und dann werfe ich ne dann werfe ich den Tränengas dahin ok sind da Leute ja warum sind da denn nicht Katzen Katzenmänner oh voilà wieso Katzen abschießen oder was nein nein nicht hochfahren nicht hochfahren du Spasti alter Maris okay ich werfe ein bisschen Tränengas die heulen jetzt geht heulen ihr Wichser ah nein 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 nicht nein nicht in uns ok komm Maris wir wir bumsen die Deck oh god ich hab immer noch Tränengas in der Hand oh gott da ist ein Typ da ist ein Typ ah warte kurz Mikrofon muted so wieder muten hier sorry vom Muskus AFK hier Telefon und so wie was? Telefon oh gott oh gott hier ist ein Fixer oh gott oh fuck der tot was das alter das ist ein bisschen problematisch gerade ach da sind noch welche fuck oh gott ich hasse dieses Piepen das habe ich immer wenn ich zu schnell schießen drücke mal es kommt einfach das gepanzerte Auto hier du eins sollte man nur zuhause haben was? du eins sollte man zuhause haben du kannst es kaufen wenn du die Mission gemacht hast ok wie viel kostet das? äh ich hätte vorhin geguckt 700 oder 800.000 waren das ja läuft du fährst erstmal ne Delle rein ne? und der Typ schießt ne Delle rein da oh my god ich treff grad richtig schlecht ok ich muss noch ein bisschen gucken wie ich das optimieren kann mir mit der Aufnahme weil das nervt mich grad ein bisschen also es laggt ist aber lustig ich habe 30 Frames zu beschweren mich dass es laggt das ist echt ungewohnt wenn man sonst immer wenn man Frames spielt dann muss ich meine Grafik einstellen wieder hochstellen äh runterstellen da habe ich kein Bock drauf eigentlich na muss man ich kann gucken egal habt ihr heute immer ein bisschen laggy in der Folge dann muss ich nächste halt ein bisschen besser wieder jo oh schönen Kino sehe ich dir unser Auto verfolgen ne? ok maris pro dürft wirst du da parken wirklich sehr gut ja sollten wir doch oder nicht? ach doch nicht oh sorry ich hab den Marker falsch gesehen oh man das ist echt immer ärgerlich ne? wo ist Paige? wo ist Paige? das ist eine Falle weg hier oh da ist Paige hallo Paige hallo Paige maris wir müssen den Paige da beantworten ey die klaut uns Auto ja bitch so und warte das war die Vorbereitung ja das war die Vorbereitung platin und dann kommt gleich der fette Heist beziehungsweise für euch nächste Folge denn das war es mit dieser Folge tschau aua